Meinst du ernsthaft, du hast mit dem Chai hier mehr Ruf als mit deinem Main? Nö, aber mehr Gold. Dein Main ist doch überall ehrflüchtig. Ja, aber ich habe hier mehr Gold. Ach so, ja, das ist der Blutkessel und das andere ist ja das. Ich habe hier 175.000, drüber habe ich bloß 100k weniger. Top, ich habe hier 12. 12k. Du musst überlegen, ich habe ja mit dem hier auch... ...Legion gespielt, ne? Warum ist die Musik jetzt nicht an? Interface wollte ich nicht anklicken. Spiel, du regst mich weiter. Felsfuro, das ist so ein großer wieder. Die Musik wird ein bisschen lauter. Viel zu leise hier. Die Allianz hat einige ihrer besseren Streitkräfte in diese Region entsandt. Wir entsenden... Alter, weil mir ruckelt's. Ja? Ja. Okay, okay. Ich glaube, ich muss die Grafik jetzt runterstellen. Machen wir mal zwei Stufen. Ihr macht das schon. Naja, irgendwie. Also am CPO liegt's nicht, laut Aufnahme ist der CPO jetzt nicht extrem ausgelastet. Wieso ruckelt denn das jetzt so? Hallo? Wahrscheinlich, ich will jetzt hier mehrere auf dem Flexeln und die Grafikeffekte wahrscheinlich. Dann wirst du die Grafik wohl wieder ein bisschen runterstellen müssen. Habe ich ja gerade schon. So. Oh, siehst du mal, der ist schon mal da unten. So. Gruppe verlassen. Sunny Night einladen. Ach, ich hätte mir ja auch mal vorsichtshalber Dings holen können, ne? Was denn? Einen Vertrag für die Eidgebundenen. Richtig, das wäre hochgegangen. Das mache ich jetzt noch schnell, bevor wir jetzt noch weiter questen. Ernsthaft? Oder nicht? Im Gegensatz zu dir nehme ich ihn ja auch auf, ne? Ja, das weiß ich auch. Ich nehme auch auf, so ist nicht. Wie bist denn du schon wieder? Ich sehe dich nicht mehr. Du musstest mal die Gruppe verlassen, gerade gesagt. Ja. Machen wir nicht fertig. Ich geh es ja nicht voll auf den Sack. Du bist fertig, genau. Ich sehe nicht mal die Übergriffe hier. Ich habe gar keinen Überblick. Ich bin völlig verrückt. Das war's. Oh ey, ich stelle jetzt die Grafik runter. Spiel. Jetzt habe ich die Grafik auf 5. Wenn das jetzt immer noch nicht ausreicht, dann... Da ist der Wektor. So. Du hast einen besseren Überblick über deine Spiele... äh... Angriffe. Was? Ich bin da gerade irgendwie... und ich sehe das gerade nicht so wirklich. Auf mal vor. Okay. Guck mal, ich habe einen hübscheren Panther. Es ruckelt immer noch. Warum ruckelt es jetzt auf einmal? Es ging die ganze Zeit. Im Spiel, oder was? Im Spiel ruckelt es ja. Aber die CPU ist in Ordnung. Hm. Framerate ist auch in Ordnung. Wobei, nee. Wenn es ruckelt, bricht es auf 20 einfach. Oh Gott, ich bin da angegriffen. Schnell weiter. Falls ein Zuschauer da ist. Aktuell wird mir einer angezeigt, aber kein Chat. Können wir mal bitte jemandem im Chat sagen, ob das Spiel bei euch auch ruckelt? Wenn es bei dir ruckelt, wird es im Spiel nie anders laufen. Will nicht. Lass mich doch hoffen. Ja, das wird durch den Angriff jetzt hier sein. Dadurch, dass so viele Spieler hier sind. Ja, ich kann es mir auch denken, aber ich kann es ja gerade nicht ändern. Ich will die Grafik jetzt nicht noch weiter runterstellen. Oder mache ich es jetzt einfach mal? Scheiße, ich stelle sie jetzt auf 1 runter. Es ist uncool, wenn es ruckelt. Hm. Lass mich in Ruhe, du blöde Assistenz. Nüchte, 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 nüchte. Ah, nice. Mal links draufgegriffen. Ich habe hier einfach mal sinnlos über all meine Dots verteilt. Strei? Ich kriege auch dadurch Schaden. Erstreut? Was? Achso. Es wird Krebs erstreut. Mhm. Du hast doch gesagt, du hast dich verteilt. Also streust du. Das ist blöd. Nein. Achso. Äh... Wo bist du denn da? Ich brauche noch einen. Du auch, ne? Ja. Okay. Ähm... Kommen wir hier irgendwo ein? Da! Meiner! Wiii! Ich muss den Mark hier an, bitte mal kurz. Totenschädel. Da ist er. Das erinnert mich an meine Zeit im Alteraktal. Ich will keine Totenschädel. Na gut, dann kriegst du ein Sternchen. Ich hab Angst, dass... Ich hab Angst, dass Mami angreift. So, jetzt muss man, glaube ich, auch irgendwie den Berg hoch machen, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, welche Quests hier überhaupt für den Übergriff zuständig sind, habe ich. Keine Ahnung. Na die, die rot markiert sind. Allianzspione. Die führen ganz bestimmt nichts Gutes im Schilde. Augen auf. Und gute Jagd. Galiwix... Wo ist denn der? Ach nee, das ist was anderes. Galiwix Flucht... Rucksack. Ah, okay dann. Äh... Geil. Komm fliegen. Alles klar. Ach, das ist die Quest, alles. Ah, okay. Hui. Oh Gott. Das fand ich eigentlich ganz cool hier mit diesem Rucksack. Einfach mal hoch springen. Hab ich noch nie gemacht. Ist für mich komplett neuland. Einmal hab ich's gemacht. Einfach mal hoch springen und dann landen, wo du willst. Ich glaube das hat... Naja, nicht ganz... Ich gleite nicht wirklich irgendwo hin. Ich glaube das hat aber nicht ne ganz... Ne, du kannst das zweimal aktivieren. Lass immer mit dem hoch springen und das andere hast du so ne... Füße. Ich hab nicht diese... Ich hab nur den Button aktiviert, den Rucksack und befördert euch hoch in die Luft. Naja, und dann kommt bei dem Button nochmal was. Da kannst du dann quer übers Feld fliegen. Ach so. Ah. Aha. Das ist ja cool. Und ich bin wieder... Und das werde ich auch. Warum kriegen die Goblins das nicht? Das finde ich unfair. Ich finde das auch geil. Ich bin Goblin. Ich will das haben. Ich bin Goblin. Musst du bei Gallywix einen Antrag stellen. Kostet bestimmt extra Gold. Ich glaube wenn du sowas hast... So, Speer müssen wir noch zwei töten. Bestimmt so viel wie der Brachiosaurus als Mount oder was weiß ich was da ist. Zwei Speer noch, wo bist du überhaupt? Bin auf dem nächsten Felsvorsprung. Ich sehe dich komisch. Einen noch. Wir springen! Gut, eigentlich haben wir ja Goblins so eine Möglichkeit schon. Die können ja schon mit einem Raketen springen durch die Gegend. Alles klar. So. Wo ist denn diese... Ach da ist die Sunny. Irgendwo hinter mir. Und ab Platz. Aua. Aua. Kommt zu mich. Du kannst eigentlich mal den Reitmord rausholen, wo ich drauf sitzen kann. Doch das noch. Aua. Geht das noch besser mit den Folgen? Aua. Komm. Wüstenkriecher? Komm. Wuhu. Los geht's. Wüstenkriecher? Ist das der nächste? Ja. Ich sage. Kricherteiler. Ach da. Um ihre Verteidigung zu durchbrechen. Um ihre Verteidigung zu durchbrechen. Keine Beute. Das ist ja frech. Das willst du ja auch bloß reparieren. Kann ja nicht, wenn du die angrabbelst. Ich bin schneller. Überrascht mich, dass hier keine Mops oder so sind. Wahrscheinlich gerade alle tot, ne? Gut. Schlecht ist es nicht. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Reittiere. Willst du jetzt auch so eine Kriechermine holen? Ne. Himmelsgolang. Achso. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nur bei Kräutersammlung. Na gut. Dann probier's halt nicht. Ich hab's nämlich schon mal gehabt. Was war denn das? Keine Ahnung. Da musste ich auch irgendwas mit diesem Handsymbol einklicken und es hat nicht funktioniert. Sonny. Oh. Fucking Oro. Wieso kann ich das nicht loten? Das liegt hier offensichtlich rum. Uff. Nur wahrscheinlich nicht. Das ist eine Fata Morgana. Das ist doch auch eine Wüste hier, ne? Weißt du, ich hab das jetzt fünfmal angeklickt. Drei hat er gesagt, es gibt keine Beute. Was hier auch ganz gut gewesen ist, dass du hier... Du bist ja jetzt hier in der Wüste, sag ich mal. Dass du immer mal hättest vielleicht ein Wasserloch aufsuchen müssen während des Questens, weißt du? Äh, nein. So viel Realität brauch ich nicht. Ich hatte das mal. Wo war denn das? In welchem Spiel? Da bist du auch durch eine Wüste gegangen? Da bist du ja wieder Dämoniener. Und musstest immer mal ein Wasserloch aufsuchen, um dich abzukühlen. Damit du halt nicht kaputt gehst. Welches war denn das? Welches Spiel? Ach, Golden Sun war's gewesen. Das fand ich eigentlich recht gut gemacht. War zwar nervig, durch diese Wüste zu gehen, aber es hat Spaß gemacht. Weißt du, was nervig ist? Ich klicke die Items momentan fünfmal an und dreimal sagt er mir, es gibt keine Beute. Naja. So, ich hab jetzt auch mal alle Teile zusammen. Okay. Wir haben nur eine Dreiviertelstunde gedauert geführt. Ja, ich bin eine Bombe. Wo muss ich denn? Ich hab keinen Bomber. Dampfpanzer-Ass vernichten. Welchen Dampfpanzer? Ich hab keine Ahnung was. Ich glaub der ist hier oben. Belagerungsschredder. Ist er hier oben? Detonieren. Dampfpanzer-Ass vernichtet. Livio-San. Ah, hier lang, hier lang, hier lang. Ich seh das Ziel. Bin unterwegs. Mit meinen vier Birnen. Ja, denk dran, du kannst schneller laufen. Kann ich? Eins. Tatsächlich. Und Verstohlenheit hast du auch, solltest du nehmen. Okay. Jetzt wirst du abgeschossen. Geil. Und detonieren. Wow. Oh Gott, sind aber viele hier. Kaputt gemacht. Nein. Du hast mich nicht vermissen. Kann ich... Ist das so ein Dampfpanzer? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt hier einfach Bum machen? Ich zeig dir an der Karte, da ist so ein gelber Kreis. Nee. Das ist eine große Belagerungsmaschine. Ja, hier ist eine, aber ich weiß gerade nicht, ob die Funktion ist. Scheiße, ich wurde abgeknallt. Vier! Hat das gezählt? Ja. Ja. Die Allianz hat ein Luftschiff angefordert, um ihre Stellung am Nordufer zu stärken. Bist du? Zum nächsten Quest. Punkt. Äh... Das wollten ja alle machen. Ich bin ja doof. Ja, deswegen habe ich gerade... Oh, jetzt habe ich das gleich wieder vergessen. Oh, jetzt habe ich das gleich wieder vergessen. Oh, jetzt habe ich das gleich wieder vergessen. Fiel mir jetzt auch gerade ein. Ach, Kacke! Sani, das Nudelsieb. Würde ich so sagen. Kommt so ziemlich hin. Kommt so ziemlich hin. Oh, hier liegt ein Zerfrack. Ah, ich werde angegriffen. Nö. Du, das ist der Falsche. Hä? Das ist der Falsche. Ja, ich weiß. Ich muss hier gerade nur umgeglaufen, weil hier Berge sind. So. Ich wurde gerade abgeschossen. Was war das? Ich habe nicht durch eine Mine gelatscht. Ah! Nee, doch nicht. Slange. Slange. Evason, der Ewige, gedötet. Die Arbeit... Was? Die Arbeiter und leicht geistiges kranken Gülde Venom hat wieder ihre Forten geöffnet. In this Raids. Weltquest unter Folge. Du bist aktiv und isst gerne Kekse? Wir haben Kekse. Das ist ja mal gar nicht geklaut. Copyright, Mann! Nein, Mamo hat, glaube ich, auf seinen Spruch keine Copyright. V.M. V.M. Mit Venom. Such mal. Mit Venom, das ist ein Film. Also da haben sie sich auch nicht gerade mit rumgeklickert. Nein, er ist schon tot. Er ist tot. Such mal eine Gruppe! Warum denn? Achso, ist ein Großer. Wenn er seinen... ...arm hat. Ja, ist ein Großer, ich weiß. Da, anwenden. So. Geht nicht. Doch. Na, siehst du, da machen sie ihn schon. Der mächtigen Feind in der Nähe. Unterschätzt ihn nicht. Anruf. Ich hab noch nicht mal alles gezündet und das ist schon dauerlich. Deine Kette ist nur so stark wie ihr Flächsers glied. Der Ulf. Ist egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft. So. Gruppe... Verlassen. Aus irgendeinem Grund... Nein, ich hab nichts. Jetzt bin ich nicht mehr im Kampf. Alles klar, Sunny einladen! Juhu! Juhu! So, jetzt können wir da oben hingehen. Worauf immer du hin wolltest. Ja. So, wie sieht's mit dem Ruf aus? Der Ruf sagt 7400. Das heißt, du weißt vor mir, ob's klappt oder nicht? Ja. Die Spannung stark. Wie viel krieg ich denn hier? 75... Ja... 75 Ruf... Könnte reichen. Ja gut, mit dem Abgeben rechts hingehen. Wir haben... Ich habe auch noch die, äh... Quest offen mit Stormguard. Die könnte ich im Notfall auch noch machen. Stormguard, ey. Gibt's da überhaupt was? Ja, das ist... Da gibt's mir egal. Solange es kein... Solange es Ruf gibt, mach ich's. Ne, ich weiß ja nicht. Gibt's Ruf beim Abgeben? Bin mir ziemlich sicher. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sogar nicht wenig ist. Stormguard und Duckelbesser. Sogar ziemlich sicher, dass es nicht wenig ist. Du hast Rufchen hochgekonnt. Ich weiß nicht. Er wäre besser gewesen. Da läuft die Rolle. Da ist der Fall geht. Auf geht's. Wupp. Schwupp und weg. Beste, WoW zieht das Projekt wieder unnötig in die Länge? Nö.